Yo friends was geht's back on Reaction Circus sein Lebens und Elixier. Leute ich habe etwas gefunden wo Angel Pain mit dabei ist und zwar ist er nämlich auf einer EP dabei von jemanden der ich tatsächlich noch nie in meinem Leben gehört habe selbst namentlich noch nicht gehört habe und zwar Yoro Suki ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen und zwar auf der Lowlifer Outsider EP ist er nämlich auf die Song Kristallklar mit dabei weil ich mir aber denke warum in einen einzelnen Track kann man sich auch direkt an die EP geben. Ich will mal ganz kurz schauen was er hier alles schon so reingedroppt hat auf Spotify. Okay ist aber nicht die erste EP. Das ist noch eine das ist auch noch eine das ist eine zwei Alben noch eine EP Elixier der Prügel aber auch ganz schön durch schon Okay ja also 22 Jahre angefangen Ähm Warte mal Ich wollte gerade sagen ich kenne das irgendwoher Ähm Ja Okay ähm auf jeden Fall zwei Alben Oh Oh okay Auf einem Song hier auf Useless 2 ist sogar Yuji dabei Das könnte auch sehr krass kommen Da muss ich dann glaube ich auch mal rein Base Base Ähm okay Okay Das ist Okay Gut dass ich davon bisher noch nichts wusste Äh Ja Naja egal ähm Was haben wir hier drinnen Okay Ähm Da 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 Okay Ich will gar nicht labern Zu lange Wir gehen direkt rein No Life A Outsider EP 5 Songs 11 Minuten 37 Wir starten rein mit Lebenswillen gleich 0 Eben Ähm Ne Lege mich auf die Gleise Leben ist also scheiße Lebenswillen gleich 0 Drum beende ich es auch leise Gehe auf liegendem Kreise Sterbe mit noch von 30 Gehe auf eine Reise Und wohin mit Freundchen das zeigt sich Lege mich auf die Gleise Leben ist also scheiße Lebenswillen gleich 0 Drum beende ich es auch leise Geh auf liegendem Kreise, sterben Meter von 30 Geh auf eine Reise und wo Himmel voll sind, das zeigt sich Ich greife wie der Leiche, weiße Face auf die Kreide Dass ich euch alle meinte, ist nur Eigenschutz für mein Mindset Blühen Winter der Heide, dünn als wäre ich Seite Innerlich ziemlich neidisch, aber davor bleibe ich weit weg Feelings werden beiseitigt, bleibt trocknet ihr nicht wie reißig Ich hab das alles nicht zeitlich, deshalb mache ich auch fast gar nichts Personal viel zu peinlich, für Menschen bin ich zu plänlich Mein Geld verdienen ist heimlich, und das bleibt dann weiter verwahrlich Bleibe weiter alleine, warum sind wir zu feindlich Gefährlich wie ein Gesperr zu sein, mit nem Tiger in deinem Käfig Mache so immer weiter, bleibe für mich nur einig Ungeschehlich wie Haie, denn menschliche Normsäge fress ich Lege mich auf die Gleise, Leben ist also scheiße Lebenswillen gleich null darum, beende ich es auch leise Hier fliegen im Kreise, sterben Meter von dreißig Gehe auf eine Reise, und wo Himmel voll sind, das zeigt sich Lege mich auf die Gleise, Leben ist also scheiße Lebenswillen gleich null darum, beende ich es auch leise Hier fliegen im Kreise, sterben Meter von dreißig Gehe auf eine Reise, und wo Himmel voll sind, das zeigt sich Ne, komm jetzt auf die Gleise, Leben ist so So, ein, kleinen Moment bitte, ähm ich muss hier ganz kurz was machen, weil ich muss ja auch die Videos noch fertig machen und ich hab mich jetzt gerade dazu entschieden dass ich das einfach währenddessen mach während ich den anderen Kram hier noch aufnehme dass ich währenddessen einfach die anderen Videos noch mach das ist ziemlich dann ein bisschen chilliger auch für mich vor allen Dingen und du bist nicht angestellt du bist nicht angestellt ach, wait a minute Festlatt ist nicht angestellt, die braucht es, oder? die braucht es, weil da nämlich die ganzen Kram die braucht es und ich muss nicht angestellt die ich die Vielen Dank. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Ah, da ist der Problem. Ah, ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, aber das ist das. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr verstehen. Ich mache es nicht mehr zu verstehen. Alles klar? Ich kann es nicht mehr sehen. die neben jetzt aber und die du hoffen dass sie auch angeht wir gehen glaube ich gerade an Ich muss jetzt eben kurz warten, dass er die auch richtig erkennt. Perfekt, er erkennt die. Sehr schön. So, aber da kann ich nämlich den hier machen. So, sorry, ich gehe gleich weiter. Moment noch. So. Sorry, ich gehe weiter. So. Äh. So. So, ich gehe weiter. So. Scheiße Lebensfälle gleich Leute rum Beende ich es auch leise Wir fliegen im Kreise Sterben mit auf 30 Gehe auf eine Reise Und wo Himmel vorst du das zeigt sich Lebe mich auf die Preise Leben ist also scheiße Lebensfälle gleich Leute rum Beende ich es auch leise Aber ich sag ehrlich Das klingt geil Seine Stimme klingt geil Muss ich ehrlich sagen Seine Stimme klingt echt gut Beatmäßig Ich weiß jetzt nicht was Beatmäßig sagen soll Du hast Durchgehend dasselbe Aber es klang geil Ich will jetzt auf gar keinen Fall sagen Dass es scheiße klingt oder so Klingt auf jeden Fall sehr nice Jetzt bin ich mal gespannt Weil jetzt kommt nämlich der Track mit AngelPain zusammen CrystalClar Da bin ich mal sehr gespannt Aber geiler Song auf jeden Fall Aber geiler Song auf jeden Fall Bevor sich Kraft und Motivation von mir entfernt Also nutze ich jeden Tag um das hier nicht zu verlieren Ich war mal YouTuber und heutzutage kann das nicht mehr Ich bin nicht da um dir etwas zu sagen Ich bin lieber hinter anderen wie Schatten Ich bin nicht da um egal was zu schaffen Mach das nur um die Gedanken zu ertragen Das ist Kristallclar Ich bin ein Lowlifer Outsider 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 Dieses Ich bin ein Lowlifer Outsider Ich bin ein Lowlifer Outsider Geiler Part auf jeden Fall Ich bin ein Lowlifer Outsider Ich will nicht zu voreilig sagen Ich will sie nicht zu voreilig sagen Ich f... Mies Bock drauf. Mal gucken, was sich so ergibt, ne? Boah, die Kick ballert auch gut rein, ne? So, 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 Ria Sanka Ab manchen Tagen fühl ich mich wie Ria Sanka Längst zu sterben, denn auch ist das hier mein Lebensanfang Sie hat mich weggeworfen, weil ich Wald an war Es leider gingen wir im Schlechten auseinander Ab manchen Tagen fühl ich mich wie Ria Sanka Längst zu sterben, denn auch ist das hier mein Lebensanfang Sie hat mich weggeworfen, weil ich Wald an war Es leider gingen wir im Schlechten auseinander Sie steht da vor mir, halb nackt im Tange Dass ich mich in die Pisch verliebe, ist es Schandart Der Zauber schlägt, der Müll sei wie ein Pfander Von Gott zu Gott zu wandern ist mein Lebensstein da Obwohl die Bitches bei mir wirklich schon verklagt hat Kann ich sie nicht vergessen, was ein hatter Anfang Ihr dummes Gesicht ist in meinem Herd verankert Er kriegt keine Rutschgedanke, quält den Alter Ab manchen Tagen fühl ich mich wie Ria Sanka Längst zu sterben, denn auch ist das hier mein Lebensanfang Sie hat mich weggeworfen, weil ich Wald an war Es leider gingen wir im Schlechten auseinander Ab manchen Tagen fühl ich mich wie Ria Sanka Längst zu sterben, denn auch ist das hier mein Lebensanfang Sie hat mich weggeworfen, weil ich Wald an war Es leider gingen wir im Schlechten auseinander Ab manchen Tagen fühl ich mich wie Ria Sanka Längst zu sterben, denn auch ist das hier mein Lebensanfang Sie hat mich weggeworfen, weil ich Wald an war Es leider gingen wir im Schlechten auseinander Ab manchen Tagen fühl ich mich, wie ich über die Welt So, geiles Ding auf dem Fall. Ich bin nicht währenddessen hier nebenbei noch was zu schreiben, weil das ja nicht die einzige Reaction ist, die ich hier aufnehme. Ich habe davor nämlich schon Age of Pain und Yuji Drained Out aufgenommen, plus ich muss noch Akaya, Robin, Bokab, lass es sein, Takumi, 1000 Namen. Also es kam sehr, sehr viel, was ich leider nicht rechtzeitig geschafft habe aufzunehmen. Deswegen ratte ich das jetzt hier alles so ein bisschen durch. Das mit Torosuki war jetzt ein bisschen random. Eigentlich schon ungeplant, ich hatte nur bei Age of Pain in the Story gesehen, dass er auf dem Track mit dabei ist. Und ja, jetzt gebe ich mir einfach die ganze EP in der Reaction, weil ich da einfach Bock drauf hatte und ganz ehrlich für einen einzelnen Track in der EP reinhören lohnt sich nicht. Deswegen lieber dann die ganze EP durchballern. Ja, Riyazanka, ich weiß leider nicht, was das für ein Name ist, wer das sein soll, wie gesagt. Ich habe schon jetzt in mehreren Reactions gesagt, ich gucke keine Animes und so. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wer das ist oder aus welchem Anime oder aus was für sowaschen Ding her sie kommt. Deswegen kann ich mit dem Namen alleine leider nichts anfangen. Aber jetzt sind wir bei Antarctica und der Beat schnallt schon am Anfang gut. So ein bisschen 8-Bit-Speed-Wives kriege ich hier gerade. Eis, dicke Kälte in der Luft, ich bin da in meiner Truft. Eis, dicke Kälte in meiner Truft. Dessert eine Teufelsfrau Fall ins Wasser und geht Und Aptika Und Aptika Bin der Mord Blattesnah Eine Stadt unter Wasser Und Aptika Und Aptika Bin Ey, das ballert richtig Ich glaube for real Wobei, das machen wir gleich Blattesnah Eine Stadt unter Wasser Eis, dicke Kälte in der Luft Ich bin da in meiner Kruft Dessert eine Teufelsfrau Fall ins Wasser und geht Ruf, dicke Kälte in der Luft Ich bin da in meiner Kruft Dessert eine Teufelsfrau Fall ins Wasser und geht Und Aptika Und Aptika Bin der Mord Blattesnah Eine Stadt unter Wasser Und Aptika Und Aptika Bin der Mord Blattesnah Eine Stadt unter Wasser Geiles Ding Geiles Ding Jetzt habe ich vergessen Was ich eigentlich vorhin sagen wollte Egal, vielleicht fällt es mir nochmal ein Wenn nicht, dann egal Ähm Ja Sehr geil Ich habe bei dem Beat so leichte 8-Bit-Vipes bekommen I don't know why War halt nicht mehr ansatzweise 8-Bits Aber, ne Ja Kommen wir nun zum letzten Song der EP Und zwar Apfelbaum Ja Zum Beispiel Ja So Wir kriegen erstmal Fat Werbung in die Fresse gedrückt Danke schön Sporty Fall nicht Premium Ja, irgendwann hole ich mir endlich mal spoty für Premium Next Monat Diesen Monat nicht mehr Ich komme natürlich in den nächsten Monat auf entspannter nennen. Was das? So bitte Werbung gewecke, Marene. Gott nochmal. Kass ist. Egal, so lange können wir ein bisschen talken. Weil ich möchte sowieso noch was kurz ansprechen wegen den Reactions. Und zwar, es sind ja ein paar mehr. Die Reaction, die ich vor der EP Reaction jetzt hier gerade aufgenommen habe, also Angel Payne und YouTube Drained Out, kommt heute am Freitag. Die ist auch schon fertig, die lade ich gleich hoch. Diese EP Reaction hier kommt am 15.09. um 15 Uhr. Das ist Sonntag. Äh, Akaya, Robin, Volkab, lass es sein, kommt am 19.09. Oh, ne gar nicht wahr, sorry. Sare am 17.09. also am Dienstag. Um 19 Uhr. Die Takumi Reaction kommt am 19.09. um 19 Uhr. Und dann kommt nämlich noch eine Lian Reaction. Und zwar am Samstag, ähm... Ja, Samstag, um 15 Uhr. Ähm, genau. Damit ihr da auch schon mal Bescheid wisst, wann die ganzen Reactions kommen. Ich werde... Ich werde das aber alles gleich nachher nochmal auf Instagram posten und so. Also keine Sorge. Ähm, ja. Gut, starten wir rein in den Apfelbaum. In den letzten Songs der Lowlifer Ozareki. Musik Weil ich brauch Lungen, schwarz, Augen raus Weil du Zigaretten raus Untertrag, Wohnungskauf Endlich aus dem Maltag raus Ich bin am Ende Häng mich auf am Apfelbaum Darf damit beende Ich bleib bloß in ein Top Ich bin spät am Ende Häng mich auf am Apfelbaum Der Kermann-Lizense Soll mir ein, den Kraschern aus Sommerliches Wetter Wie kann man da eingekauert sein? Packt man Dich und Ignorant Für zu ner fetten Sauerei Fick die Hitze, die Insekten Dein geliebten Sonnenschein Blätterteien, die ich nie dann nenne Sind wie ein Trauerschrein Augenweiß, lebt in grau Herz erfuhr und dann nach vau Tränen rot, Blühne blau Angedrunken, weil ich brauch Lungen, schwarz, Augen raus Wollt du Zigaretten raus Untertrag, Wohnungskauf Endlich aus dem Maltag raus Ich bin am Ende Häng mich auf am Apfelbaum Blätter mit dem Ende Ich bleib' los der Leiter Und ich bin spät am Ende Häng mich auf am Apfelbaum Hier kick die Hier ballert der Hier ballert der Hier ballert die Kick Auch wieder sehr geil rein Gefällt mir grad sehr Geiles Ding Da sind die 8-Bit-Wipes Sehr geiles Ding Sehr geile IP Gefällt mir Leute Wenn ihr euch gefeinert Lasst sehr gerne ein Like Und ein Abo da Schaut bei dem Jungen mal vorbei Checkt die IP ab Ich hole euch die in die Videobeschreibung Und ja Dann würde ich sagen Haut rein bis zum nächsten Mal Bis denn Tschüssi Ich findest euch die